Spiegel Berichterstattung über Trump, die Zähmung des, die Berichterstattung über den ehemaligen Präsidenten, ein Blick auf die aktuelle Lage. In den letzten Monaten hat sich die Berichterstattung über Donald Trump, den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, erneut intensiviert. Besonders relevant ist hierbei die Analyse des Magazins Spiegel, das sich mit der Zähmung Trumps in der aktuellen politischen Landschaft beschäftigt. Der Artikel thematisiert nicht nur die Herausforderungen, vor denen Trump steht, sondern beleuchtet auch den Einfluss anderer prominenter Persönlichkeiten, darunter Robert F. Kennedy Jr. Der Spiegel-Artikel hebt hervor, dass Trump mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, seitdem er aus dem Weißen Haus ausgeschieden ist. Laut den Autoren wird seine politische Rückkehr nicht nur durch rechtliche Probleme, sondern auch durch wachsende Konkurrenz aus den eigenen Reihen erschwert. Vor allem Kennedy, der für seine politischen Ansichten und seine Unabhängigkeit bekannt ist, stellt eine bedeutende Alternative dar. Die Berichterstattung signalisiert, dass viele Wähler eine Veränderung wünschen und sich zunehmend von den traditionellen Kandidaten abwenden. Eine zentrale Aussage der Landschaftsanalysen des Spiegel deckt sich mit der Vermutung, dass Trump nicht mehr die unumstrittene Autorität innerhalb der republikanischen Partei ist, wie es noch in seiner Amtszeit der Fall war. Die Revolution in der Wählerschaft, die durch diverse gesellschaftliche und politische Strömungen beeinflusst wird, sorgt dafür, dass Trump sich neu positionieren muss. Die Autoren bemerken, dass die aktuellen Umfragen zeigen, dass Trumps Beliebtheit unter den Republikanern sinkt. Dies könnte unter anderem damit zusammenhängen, dass er nicht mehr mit der Fähigkeit assoziiert wird, den politischen Diskurs zu dominieren und die Partei zu einen. Die Kritik innerhalb der Partei wird zunehmend lauter. Stimmen von prominenten Politikern und Wählern, die sich von Trump distanzieren, nehmen zu. Der Artikel berichtet von einem zunehmenden Bedürfnis nach einem neuen politischen Gesicht, das in der Lage ist, die republikanische Basis zu mobilisieren. In diesem Kontext wird Robert F. Kennedy Jr. als eine mögliche Stimme der Hoffnung für viele gewählt. Sein Ansatz, kontroverse Themen anzusprechen und eine neue Sicht auf die politischen Herausforderungen des Landes zu bieten, zieht eine breite Wählerschaft an. Dadurch wird er als ernstzunehmender Mitbewerber für die Stimmen der Republikaner betrachtet. Ein weiterer interessanter Punkt der Spiegel-Berichterstattung ist die Einstellung Trumps zu den kommenden Präsidentschaftswahlen. Trump wird als ein Politiker beschrieben, der die Gefahr unterschätzt, die von der Atmosphäre der Unsicherheit und des Wandels ausgeht. Dies kann laut der Analyse dazu führen, dass er sowohl von den Anhängern seiner politischen Gegner als auch von jenen, die eine Reform innerhalb der Republikaner befürworten, weiter isoliert wird. Die Autoren resümieren, dass Trumps Zeit des Regierens zwar noch nicht vorbei ist, er jedoch dringend neue Strategien entwickeln muss, um nicht in der politischen Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Zusammenfassend verdeutlicht die Spiegel-Analyse, dass die politisch unruhige Zeit in den USA eine Zähmung Trumps in der aktuellen Führung bedeuten könnte. Robert F. Kennedy Juniors aufsteigende Popularität zeigt, dass die Wählerschaft für Veränderungen offen ist und nach einem neuen Führer sucht. Ob Trump in der Lage sein wird, diesen Herausforderungen zu begegnen und die Kontrolle über seine politische Zukunft zurückzugewinnen, bleibt abzuwarten. Autor Anita Farke. Samstag, 24. August.